Das ist ein noch nicht wissenschaftlich deklarierter neuer platonischer Körper. Sie kennen den platonischen Körper und man darf ja auch, glaube ich, hoffen, dass wir in der Welt noch mehr davon entdecken dürfen. Also Plato hat das nicht alleine getan, es geht weiter, 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 weiter. Das heißt, wir dürfen noch neue Dinge entdecken. Das ist aber kein statischer platonischer Körper, sondern ein dynamischer. Und ich kann Ihnen das sehr schnell beweisen. Das ist also ein Gegenstand, der so gemittet ist, dass er von alleine laufen lernt. Wenn du mal mit der Kamera hinterher kommst, wir haben hier einen Boden vor uns, wenn ich den leicht laufen lasse, werden Sie merken, der läuft fast von alleine. Das ist ein sogenanntes Oloid. Man kann das im Internet nachgucken über den Herrn Paul Schatz, eine wunderbare, auch künstlerisch hochgradige Arbeit, die der Mann geleistet hat. Den möchte ich Sie bitten, mal in die Hand zu nehmen, weil es ist doch ein Handschmeichler. Und das ist nebenbei Rosenholz. Um dieses Prinzip, was ich Ihnen gerade gezeigt habe, geht es heute Abend. Also eine ausgewogene Verwirbelung in der Natur durch einen platonischen Körper, einen dynamischen platonischen Körper. Halten Sie das ruhig mal im Gedächtnis. Wenn wir nachher über die Spirale noch ein bisschen reden werden, werden Sie auch sehen, mit den Bildern, die ich Ihnen heute Abend mitgebracht habe, werden Sie sehr häufig dieses Phänomen des Wirbeligen, Rechts-Links-Wirbeligen konfrontiert werden oder informiert werden. Und ich wünsche Ihnen sehr viel Fantasie damit. Glauben Sie, es wird sich in Zukunft einiges ändern in unserer Vitalisationstechnik bezüglich Wasser. Ich behaupte, dass wir hier einen Paradigma-Wechsel haben, der überfällig ist. Warum ist Wasser ein unspezifisches Heilmittel? Diese Frage ist natürlich bewusst mit einem Fragezeichen versehen worden, weil ich Ihnen heute Abend ja gerne vermitteln möchte, warum es das so ist. So, jetzt geht es ins Leben, liebe Freunde. Ich habe oben provokant darüber geschrieben, je lebendiger deine Nahrung, je lebendiger bist du, desto gesünder oder vitaler bist du. Ich habe soeben festgestellt, 80% unserer Krankheiten sind Stoffwechselkrankheiten. Also es gibt sogar einen sehr, sehr bekannten Mann in der Hachenei, den ich sehr gerne hier zitiere, der hat mal gesagt, es gibt gar keine Herzkrankheiten. Es gibt nur Krankheiten am Blut. Wie hat er das gemeint? Der Herr Hachenei hat in seiner wissenschaftlichen Arbeit sehr wohl festgestellt, dass das Wirbelprinzip im Herzen, das werden wir gleich noch genauer sehen, ein sehr wesentliches ist. Denn das Wasser, was ich zu mir nehme, hat einen direkten Einfluss auf die Qualität meines Blutes. Und Blut, Flüssigkeit im Körper, hat was mit Stoffwechsel zu tun. Also, wenn ich mich positiv ernähre, lebendig ernähre, lebendiges Wasser trinke, tendiere ich zu einer optimalen Gesundheit. Ich bin das beste Beispiel dafür, ich bin seit ungefähr 15 bis 20 Jahren nicht mehr krank. Also Sommergrippe und sowas Albernes ist zurückzuführen auf schlechte Ernährung. Wir brauchen das nicht mehr groß zu diskutieren. Aber es ist schon sehr traurig, dass es jetzt schon Sommergrippe gibt. Nicht nur Wintergrippe, sondern auch schon Sommergrippe gibt. Unsere Fußballer werden krank an Sommergrippe, das ist schon fast nicht mehr zu glauben. Die werden hochbezahlt und dann flüchten die sich aus ihrer Pflicht, Fußball zu spielen, indem sie krank werden im Sommer an Sommergrippe leiden. Okay, mal so ein kleiner Scherz am Rande. Aber das sind sehr eindrückliche Momente. Wie weit sind wir schon gekommen mit unserer Frage der Gesundheit? Jetzt kommt ein Kernsatz. Alles Lebendige ist kolloidal. Was heißt das denn, kolloidal? Ich kann Ihnen ganz kurz mitteilen, alles, was mit dem Leben zu tun hat, also mit lebendigen Säften im Körper, hat was mit dem Kolloidalen zu tun. Blut ist kolloidal. Kolloidal ist die Rohmilch, sind Pflanzensäfte, also frisch gepresste. Es sei denn, man fängt jetzt an, die mit äußerster Zentrifugalkraft herzustellen. Das gibt es ja auch, das kennen Sie auch. Dann macht man sowas schnellstens wieder kaputt. Denn kolloidale Flüssigkeiten sind sehr sensible Flüssigkeiten. Quellwässer ist kolloidal. Das ist auch ein ganz wichtiger Hinweis. Man darf diese Wässer, wenn sie kolloidal sind, nicht mit schnell kreiselnden Pumpen abfüllen, weil man sonst die energetische Konstellation zerstört, also das Kolloidale zerstört. Kolloidal heißt unter anderem, dass in Flüssigkeiten keine chemischen Reaktionen mehr stattfinden. Also eine kolloidale Flüssigkeit ist eine in sich ausgewogene Flüssigkeit, die keine Lust mehr hat, noch irgendwie beim Nachbarn was zu klauen oder sich chemisch dauernd da zu verbinden oder sonst irgendwie einen Mangel zu erleiden, sondern in sich harmonisch ist, um eine Tätigkeit zu vollführen. Also Blut soll den Körper versorgen und nicht aggressiv irgendwo im Körper etwas anstellen. Ich sage mal aggressiv im negativen Sinne jetzt, denn aggressiv ist ja eigentlich was durchaus Normales oder auch Natürliches. Kolloidales Quellwässer hat im Prinzip, jetzt gehe ich noch ein bisschen in die Tiefe hinein, hat im Prinzip den besonderen Vorteil oder eine besondere Eigenschaft, eine ganz wichtige Eigenschaft, eine innere Dynamik zu haben oder eine kinetische Energie. Das, was wir soeben mit dem Wirbel hier gesehen haben, dieses Drehende ist kinetische Energie, also Bewegungsenergie. Bewegungsenergie. Also lebendiges Wasser ist wirklich lebendig hinten drin. Hat eine innere, große Oberfläche. Was das im Einzelnen heißt, werden wir gleich sehen, weil ich werde Ihnen genügende Beispiele mitteilen, woran Sie dann sehen können, weil ich damit meine, sehr anschauliche Anteile auch. Stoffliche Gleichverteilung, das habe ich gerade schon in einer gewissen Weise erwähnt, stoffliche Gleichverteilung heißt, es ist homogen. Wir werden später auch merken oder sehen, Homogenität in Flüssigkeiten wie zum Beispiel Milch kann man auch ganz anders sehen, als wir es momentan sehen. Man kann also durchaus auch homogene Milch haben, die nicht tot ist. Da kommen wir gleich noch drauf. Homogenität, beziehungsweise die drei Sachen würde ich also mal als harmonisch bezeichnen. Ich habe das Wort drunter geschieben.